Der Kakapo ist ein Papagei, der in Neuseeland beheimatet ist. Er ist die einzige Art der Unterfamilie Strigopiné. Der nachtaktive Vogel ist im Wesentlichen ein Pflanzenfresser. Er ist der einzige bekannte flugunfähige Papagei. Der Kakapo ist akut vom Aussterben bedroht. Aussehen alle heute bekannten Kakapos zeichnen sich durch ein musgrünes Gefieder aus, das am Rücken schwarze Streifen aufweist. Der Unterkörper, der Nacken und das Gesicht sind eher grün-gelblich gefiedert, wobei die Färbung individuell stark variiert. Von Vogelbäggen in wissenschaftlichen Sammlungen weiß man jedoch, dass es auch Exemplare gegeben hat, die völlig gelblich gefiedert waren. Das Gefieder ist ungewöhnlich weich, darauf bezieht sich die Artbezeichnung Habroptilus. Kakapos haben einen sogenannten Gesichtsschleier, das heißt, das Gesicht ist von feinen Federn umgeben, wie es für euren typisch ist. Hierdurch erklärt sich der lateinische Artname Strigops. Die europäischen Einwanderer auf Neuseeland nannten daher den Kakapo auch Eulenpapagei. Den Schnabel umgeben feine Schnabelborsten, mit denen nachts Hindernisse geortet werden. Die Enden der Schwanzfedern sind meistens zerschlissen, da sie ständig am Boden entlang gezogen werden. Kakapos sind sehr große Papageien. Ausgewachsene Männchen messen bis zu und wiegen zwischen drei und vier Kilogramm. Die Flügel sind relativ klein, und es fehlt ihnen das verstärkte Brustbein, an dem die kräftige Flugmuskulatur anderer Vögel ansetzt. Sie gebrauchen ihre Flügel nur zum Balancieren und um ihren Fall abzubremsen, wenn sie von Bäumen herabspringen. Anders als andere Landvögel können Kakapos große Mengen Depotfett speichern. Der Schnabel des Kakapos ist dafür geeignet, Nahrung sehr fein zu zerkleinern. Kakapos haben kleine Kröpfe. Die Füße sind groß und schuppig und haben wie bei allen Papageien zwei nach vorne und zwei nach hinten gerichtete Zehen. Ihre ausgeprägten Krallen sind an das Klettern angepasst. Eines der ungewöhnlichsten Charakteristika der Kakapos ist ihr starker, aber angenehmer Geruch, der dem Geruch von Blumen und Honig oder Bienenwachs ähnelt. Verbreitung und Lebensraum Die Kakapos besiedelten früher beide neuseeländische Hauptinseln. Der Lebensraum der Kakapos umfasste unterschiedliche Habitat, darunter alpine Heiden, Buschland wie auch küstennahe Bereiche. Sie bewohnten außerdem eine Vielzahl unterschiedlicher Waldformen, in denen Steinalbengewächse, Scheinbuchen, Tava oder Eisenhölzer dominierten. Bevorzugt wurden dabei Waldrandzonen oder Waldbereiche in jungen Sukzessionsstadien, da diese ihnen eine größere Vielfalt an Nahrung boten. In den Fjordgebieten Neuseelands nannte man die Bereiche, in denen nach Lawinenabgängen oder Erdrutschen junge Wälder mit einem dichten, fruchtragenden Strauchwerk aufwuchsen, Kakapogärten. Alle Kakapos, von deren Existenz man weiß, sind aus Schutzgründen überwiegend auf zwei kleine Inseln umgesiedelt worden. Enka Island, die sich im Duskisound, einem Teil des Fjordland Nationalpark befindet und Kotfisch Island, die vor der Westküste von Sturz Island liegt. Verhalten und Nahrung Kakapos sind nachtaktiv. Tagsüber ruhen sie versteckt in Bäumen oder am Erdboden, nachtstreifen sie durch ihr Revier. Sie können nicht fliegen, sind jedoch exzellente Kletterer, die bis in die Kronen der höchsten Bäume klettern. Man hat beobachtet, wie sie von diesen Höhenfallschirmen nicht herabgleiten, indem sie ihre Flügel spreizen und dadurch ihren Fall abbremsen. Kakapos sind ausgezeichnete Läufer. Während einer Nacht können sie mehrere Kilometer zurücklegen und dabei hunderte von Höhenmetern überwinden. Sie können auch mit einem beachtlichen Tempo rennen, halten eine hohe Geschwindigkeit, aber nicht über eine längere Distanz. Kakapos ernähren sich überwiegend von einer großen Zahl von Pflanzen, Samen, Früchten, Pollen und sogar vom Baumsaft von Bäumen. Mit besonderer Vorliebe fressen sie die Früchte des Rimubaums und ernähren sich ausschließlich davon, wenn diese Früchte reichlich vorhanden sind. Blätter werden häufig mit einem Fuß festgehalten, um dann mit dem Schnabel die nahrhaften Teile abzustreifen, sodass die hartfaserigen Blattbestandteile überbleiben. Die Reste solcher Blätter sind ein eindeutiges Kennzeichen der Anwesenheit von Kakapos. Man hat darüber hinaus auch beobachtet, dass Kakapos Insekten und andere wirbellose Tiere fressen. Kakapos sind von Natur aus sehr neugierig und reagieren mitunter sogar interessiert auf gelegentlich anwesende Menschen. Wie andere Papageien auch verfügen Kakapos über eine große Bandbreite unterschiedlicher Rufe, die verschiedene Funktionen haben. Zusätzlich zu den Booms und Chinks ihrer Balzrufe geben sie beispielsweise mit einem Skrag ihrer Anwesenheit anderen Vögeln bekannt. Verhalten gegenüber Räubern Kakapos haben wie viele flugunfähige Inselformen kein Feindverhalten gegen Bodenpredatoren, da es in Neuseeland ursprünglich keine solchen gab. Wenn Kakapos sich bedroht fühlen, erstarren sie und verlassen sich auf ihre Tarnung. Dieses Verhalten ist ein geeigneter Schutz gegenüber Adlern, die früher ihre einzigen Feinde waren. Es schützt sie jedoch nicht vor den durch Menschen eingeführten Raubtieren, die vor allem ihren Geruchssinn bei der Nahrungssuche nutzen. Fortpflanzung Balzarena Kakapos haben ein Balzverhalten, das keinem anderen Papagei gleicht. Männchen sammeln sich an einer gemeinschaftlichen Balzarena, dem sogenannten Leak, und konkurrieren um die Gunst der Weibchen. Die Weibchen, die an der Balzarena erscheinen, beobachten die Balz der Männchen und wählen aus den Balzenden das Männchen aus, mit dem sie sich paaren. Die Balzarenen liegen gewöhnlich auf Anhöhen, während der Balzzeit verlassen die Männchen ihre angestammten Reviere und ziehen zu diesen Balzarenen, wo jedes Männchen sich einen eigenen Balzplatz schafft. Balzarenen können bis zu sieben Kilometer vom angestammten Revier eines Männchens entfernt sein. Mit dem Eintreffen an der Balzarena beginnt eine Auseinandersetzung unter den Männchen, bei der sie mit gesträubten Federn, auseinandergespreizten Flügeln, geöffneten Schnäbeln, erhobenen Krallen und unter lautem Krächzen und Brummen untereinander um die besten Balzplätze innerhalb dieser Balzarena kämpfen. Gelegentlich werden bei diesen Kämpfen auch Vögel verletzt. Die individuellen Balzplätze Die individuellen Balzplätze sind innerhalb dieser Arena im Durchschnitt etwa 50 Meter voneinander entfernt. Die Männchen graben für ihre Balzplätze eine etwa 10 cm tiefe, schallenförmige Vertiefung in den Boden, die etwa einen Durchmesser von einem halben Meter hat, so dass die Vögel in diese Vertiefung passen. Die Balzplätze werden gerne vor Felsen, Erdhängen oder Baumstämmen angelegt, die den Schall der Rufe reflektieren. Zum individuellen Balzplatz gehört ein Netzwerk an Pfaden, die sich entweder etwa 50 Meter auf einer Anhöhe entlang ziehen oder als Rundweg mit einem Durchmesser von etwa 20 Meter eine Anhöhe umrunden. Die Männchen befreien sowohl ihre Balzplätze als auch die Pfade von Zweigen und Blättern. Reservatsmitarbeiter nutzen diese Angewohnheit der Vögel, indem sie einige Zweige in den Balzplatz legen, um so festzustellen, ob der Balzplatz aktiv genutzt wird. Ein Männchen, das während der Nacht am Balzplatz erscheinen würde, räumt sorgfältig diese Zweige weg. Balzrufe um Weibchen anzuziehen, lassen die Männchen während der Nacht ihre Boom-Rufe erscheinen. Männchen beginnen mit leisen Grundgeräuschen, die an Stärke zunehmen, während sich ihr Kehlsack aufbläst. Nach einer Folge von etwa 20 Boom-Rufen nimmt die Lautstärke wieder ab. Nach einer kurzen Pause beginnt das Männchen erneut mit einer Folge von Boom-Rufen. Die Männchen drehen sich ein wenig nach einer Folge von Rufen, um so die Boom-Rufe in eine andere Richtung erschallen zu lassen. Diese Rufe können in einer windstillen Nacht bis zu einem Kilometer weit gehört werden und der Wind kann ihren Ruf bis zu 5 Kilometer tragen. Männchen rufen bis zu 8 Stunden während einer Nacht. Jedes Männchen lässt daher tausende von Boom-Rufen über Nacht erschallen. Dieses Balzverhalten kann sich über 3 bis 4 Monate hinziehen. Die Männchen verlieren in dieser Zeit bis zur Hälfte ihres Körpergewichts. Paarung Weibchen werden von den Boom-Rufen angezogen und verlassen gleichfalls ihre Territorien. Um über mehrere Kilometer hinweg zu diesen Balzarenen zu ziehen, hat sich ein Weibchen für ein Männchen entschieden und betritt seinen Balzplatz beginnt ein komplexes Balzverhalten seitens des Männchens. Das Männchen schwankt von Seite zu Seite, während es Klickgeräusche mit seinem Schnabel macht. Es dreht dem Weibchen seinen Rücken zu, spreizt seine Flügel und geht rückwärts auf es zu. Über den eigentlichen Paarungsart ist wenig bekannt, es wird lediglich angenommen, dass er sehr kurz ist. Männchen sind in dieser Zeit sexuell sehr erregbar und versuchen die Kopulation auch mit anderem als mit einem Kakapo-Weibchen zu vollziehen. Man hat Männchen dabei beobachtet, wie sie versuchten, sich mit einem herabgefallenen Ast oder einem zusammengerollten Pullover zu paaren. Die Weibchen kehren nach der Verpaarung in ihre Reviere zurück, um dort Eier zu legen und die Jungen groß zu ziehen. Die Männchen setzen währenddessen ihre Balzrufe fort, um noch weitere paarungswillige Weibchen anzulocken. Die Weibchen legen zwischen einem und vier Eier je Brutperiode ihr Nest, bauen sie auf der Erde im Schutz von Pflanzen oder in hohlen Baumstämmen. Sie bebrüten das Gelege allein und müssen daher ihr Nest nachts für die Nahrungssuche verlassen. Die Eier sind dabei sowohl der Gefahr ausgesetzt, von Räubern gefressen zu werden als auch zu unterkühlen. Die Küken schlüpfen nach einer Brutzeit von etwa 30 Tagen, sie sind nach etwa 10 bis 12 Wochen Flüge. Das Weibchen füttert die Jungvögel gelegentlich bis zu ihrem sechsten Lebensmonat, während diese langsam selbstständiger werden. Männchen beginnen mit ihren Boom-Rufen erst ab dem fünfte Lebensjahr. Weibchen suchen die Balzarenen der Männchen erst ab ihrem neunte bis zehnte Lebensjahr. Auf Kakapus brüten außerdem nicht jedes Jahr. Sie brüten nur, wenn ihnen aufgrund einer Baumast reichlich Nahrung zur Verfügung steht. Die Rimubäume haben eine solche Mast nur alle drei bis fünf Jahre. In Wäldern, in denen der Rimubaum überwiegt, wie etwa auf Codefish Island, brüten die Kakapus entsprechend unregelmäßig. Systematik der Kakapo ist der einzige Vertreter der Gattung Strigops, die meist als Unterfamilie zu den eigentlichen Papageien gestellt wird. Über die genaue phylogenetische Position ist nichts bekannt. Meistens werden sie als ursprünglichste Form allen anderen echten Papageien gegenübergestellt und stellen somit die Schwestergruppe all dieser Gruppen dar. Nach anderen Quellen wird diese ursprünglichste Position auch von den ebenfalls auf Neuseeland lebenden Nestor-Papageien eingenommen. Die Vorfahren der Kakapus tauchten vor mehreren Millionen Jahren erstmals auf den neuseeländischen Inseln auf. Unter Wissenschaftlern wird davon ausgegangen, dass diese Vögel kleiner waren als die heutigen Kakapus und mehr anderen Papageien ähnelten. In ihrer Anpassung an ihren Lebensraum wurden sie größer, schwerer und verloren allmählich ihre Flugfähigkeit. Auf Neuseeland waren Säugetiere zu diesem Zeitpunkt nur durch drei kleine Fledermausarten vertreten. Kakapus scheinen mit ihrer Lebensform die Nische ausgefüllt zu haben, die anderorts vorwiegend durch Säugetiere besetzt wurde. Vor der ersten Ankunft von Menschen waren Kakapus mit ihrer Lebensstrategie überaus erfolgreich. Man geht davon aus, dass Millionen von Individuen vor der Ankunft der ersten Menschen auf Neuseeland lebten. Bestandsentwicklung und Gefährdung Da, von einigen Greifvogelarten abgesehen, erst mit der Ankunft die erster Pioniere aus Polynesien und später Europa-Raubtiere nach Neuseeland kamen, entwickelten die Kakapus keinen Fluchtinstinkt gegenüber Räubern. Bei Gefahr bleiben sie auf dem Boden hocken und können daher leicht Opfer von verwilderten Katzen, Hunden, Mädern, Wieseln und Frettchen werden. Eine weitere Gefahr stellen Nesträuber wie die Ratte dar. Die überlebenden Kakapus wurden deshalb im 20. Jahrhundert auf kleinere Inseln vor Neuseeland umgesiedelt, die von Raubtieren befreit wurden. Besiedlung Neuseelands durch die Maori von Polynesien aus begannen vor etwa 1000 Jahren Maori-Neuseeland zu besiedeln. Sie jagten Kakapus als Nahrung und verarbeiteten ihre Häute und Federn zu Capes. Getrocknete Kakapo-Köpfe wurden als Ohrschmuck verwendet. Aufgrund ihrer Flugunfähigkeit, ihres starken Geruchs und ihrer Angewohnheit bei Bedrohung zu erstarren, waren die Kakapus für die Maori und die von ihnen eingeführten Hunde einfache Jagdbeute. Polynesische Ratten, die durch die Maori auf Neuseeland eingeschleppt wurden, fraßen die Küken und Eier. Durch Rodungen schränkten Maori den Lebensraum der Kakapus so ein, dass die Vögel in einigen Landestallen bereits ausgestorben waren. Als die Europäer auf Neuseeland eintrafen. Besiedlung Neuseelands durch die Europäer Ab 1840 begannen Europäer große Flächen der neuseeländischen Inseln für Landwirtschaft und Weidewirtschaft urbart zu machen und damit den Kakapo-Lebensraum noch weiter einzugrenzen. Mit den Europäern gelangten weitere Raubsäuger nach Neuseeland, Katzen, europäische Ratten und noch mehr Hunde, die sowohl erwachsene Kakapus als auch die jungen Vögel jagten. Die Europäer wussten wenig über die Kakapus, bis der Wissenschaftler George Gray vom Britischen Museum sie 1845 auf Basis von Vogelbägen beschrieb. Wie die Maori betrachteten die europäischen Siedler auf Neuseeland Kakapus als Nahrungsmittel, mit dem man auch die Hunde füttern konnte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren Kakapus als wissenschaftliche Kuriosität in Europa wohl bekannt. Und tausende der Vögel wurden in Neuseeland gefangen oder getötet, um Exemplare oder Vogelbäge für Zoos, Museen und Sammler zu liefern. Die lebend gefangenen Vögel starben innerhalb weniger Monate. Spätestens seit 1870 war den Sammlern bewusst, dass die Anzahl der Kakapus deutlich abnahm und die Gefahr des Aussterbens dieser Art bestand. Unglücklicherweise konzentrierte man sich in der Folge darauf, so viele Vogelbäge zu sammeln wie möglich, bevor diese Art verschwand. Ab 1880 wurden durch die Europäer auf Neuseeland Hermeline, Fredchen und Wiesel in großer Anzahl freigelassen, um damit die Anzahl der rasch zunehmenden Kaninchen zu reduzieren. Die Tiere jagten jedoch nicht nur Kaninchen, sondern auch zahlreiche einheimische Arten, darunter den Kakapo, Beginn der Rettungsversuche. Bereits 1891 beschloss die neuseländische Regierung, Resolution Island im Fjordgebiet zum Naturreservat zu erklären und ernannte 1894 Richard Henry zum Leiter dieses Reservats. Als engagierter Naturschützer war sich Henry dessen bewusst, dass die Individuenzahl der einheimischen Vögel aufgrund der eingeführten Räuber rasch abnahm. Er erkannte den Wert von Resolution Island als raubtierfreies Reservat und begann Kakapos und Kiwis auf diese Insel umzusiedeln. Bis 1900 hatte er über 200 Kakapos dahin evakuiert. 1900 durchschwammen Marder die etwa ein Kilometer breite Meerenge zwischen der Insel und dem Festland, siedelten sich dort an und vernichteten binnen sechs Jahren die gesamte Kakapop-Population auf Resolution Island. 1903 hatte man bereits drei Kakapos von Resolution Island zum Naturreservat Hauturu, Little Barrier Island nordöstlich von Oakland evakuiert. Da auf dieser Insel jedoch auch verwilderte Hauskatzen lebten, wurden diese drei Vögel nicht wiedergesehen. 1912 siedelte man drei Kakapos im Reservat Kapiti Island nordwestlich von Wellington an. Einer dieser Vögel überlebte zumindest bis 1936. 1920 bis zum Beginn der 1970er Jahre Während der Weltwirtschaftskrise in den 1920er und 1930er Jahren sowie während der beiden Weltkriege stand der Schutz der Kakapos nicht im Fokus der neuseeländischen Regierung. 1920 war der Kakapo auf der Nordinsel ausgestorben, sein Bestand auf der südlichen Insel war dramatisch gesunken. Eine der wenigen Regionen, wo er noch vorkam, war das zergelüftete Fjordland. Während der 1930er Jahre wurden Kakapos dort noch häufig gesehen oder ihre Rufe gehört. Gelegentlich landeten sie auch noch im Kochtopf von Jägern und Straßenarbeitern. In den 1940er Jahren nahm die Anzahl der Beobachtungen jedoch deutlich ab. In den 1950er Jahren begann der New Zealand Wildlife Service systematisch im Fjordland nach Kakapos zu suchen. Sieben Expeditionen zwischen 1951 und 1956 fanden nur wenige Zeichen, dass überhaupt noch Individuen dieser Art existierten. Aus Sorge, dass Rehe und europäische Mufflons im Fjordgebiet wichtige Nahrungspflanzen für sich beanspruchten und damit die Überlebenschance dieser Vögel noch weiter einschränkten, traf man die Entscheidung, die nächsten Vögel, die man fände, in Gefangenschaft zu halten. Von den fünf Vögeln, die man deswegen 1961 ins Mount Bruce Native Bird Reserve nahe Masterton auf der Nordinsel brachte, starben vier in den ersten Monaten ihrer Gefangenschaft. Der fünfte Vogel überlebte immerhin vier Jahre. Ein 1967 gefangener Vogel überlebte das erste Jahr seiner Gefangenschaft nicht. 1970 bis heute Zu Beginn der 1970er Jahre war unklar, ob überhaupt noch Kakapos existierten. Mit Hilfe von Hubschraubern gelang es jedoch damals auch Expeditionen in Regionen von Neuseeland vorzunehmen, die bis zu diesem Zeitpunkt weitgehend unzugänglich waren. Täler, die von nahezu senkrechten Felsklippen umgeben waren, waren bis zu diesem Zeitpunkt von der Besiedlung durch Rehe und Mufflons verschont geblieben. Jedoch auch bis hierher waren Marder bereits vorgedrungen. Von 1974 bis 1976 fand man eine Reihe männlicher Vögel und war erstmals in der Lage, das Balzverhalten wissenschaftlich zu beschreiben. Das Fehlen weiblicher Vögel führte man darauf zurück, dass sie beim Brüten rasch Opfer von Mardern werden. Man hielt es nicht für ausgeschlossen, dass keine weiblichen Vögel mehr lebten und die Art damit im Prinzip schon ausgestorben war. Alle eingefangenen Vögel wurden in geschützteren Reservaten wie Maud Island freigelassen. 1977 begann man endlich auch Stuarts Island systematisch zu untersuchen. Bereits in den Jahrzehnten zuvor waren gelegentlich von dort Kakapo-Beobachtungen gemeldet worden. Die letzte 1970 durch einen Rehjäger. Die 1977er Expedition fand bereits am ersten Expedition stark eine Kakapo-Balzarena. Da sie in den folgenden Wochen Spuren von dutzenden Vögeln fand, stieg die Hoffnung, hier vielleicht doch noch Weibchen zu finden. 1980 suchte man die Insel systematisch mit Spürhunden ab. Unter den so gefundenen Vögeln waren fünf Weibchen. Man war sich auch sicher, dass auf Stuarts Island keine Marder, Wiesel oder Frettchen lebten. Allerdings lebten hier verwilderte Hauskatzen, die die Kakapos in alarmierender Zahl töteten. Von 1977 bis 1982 starben rund 50 Prozent der geschätzten Kakapo-Population auf Stuarts Island durch Katzen. Auf der Insel Little Barrier Island hatte man die verwilderten Katzen bereits gezielt ausgerottet. Marder, Wiesel und Frettchen kamen hier nicht vor. Man begann, Vögel auch hier gezielt anzusiedeln. Nordwestlich der Stuarts Island liegt die Kotfischinsel. Nachdem man die dort vorkommenden Fuchsgesuss ausgerottet hatte, begann man auch diese Insel gezielt mit Kakapos zu besiedeln. 1995 bestand die Weltpopulation nur noch aus 50 Individuen. 19 davon waren Weibchen erste Bestandserholung. 1989 wurde ein Kakapori-Cavery-Plan zum Bestandserhalt und Aufbau entwickelt und eine Einrichtung etabliert, die diesen Plan umsetzen sollte. Die Kakapori-Cavery Group Eine der ersten Maßnahmen war auf Little Barrier Island die Weibchen mit zusätzlichem Futter zu versorgen, da in den sieben vergangenen Jahren kein Bruterfolg festzustellen gewesen war. Die Maßnahme hatte Erfolg. Vier Vögel legten Eier 1991 wurden zwei Jungvögel erfolgreich aufgezogen. 1992 brüteten auch die Vögel auf Kotfisch Island das erste Mal. Da die Früchte der Rimubäume aufgrund schlechter Wetterbedingungen nicht ausreiften, stand nicht ausreichend Nahrung für die Jungvögel zur Verfügung. Drei unterernährte Jungvögel wurden in den Auckland Zoo gebracht, wo zwei starben. Der dritte, den Mann Huggy taufte, wurde erfolgreich mit der Hand aufgezogen und anschließend auf Maut Island angesiedelt. Erst 1997 kam es wieder zu Bruten. Erneut reiften die Rimufrüchte nicht aus, aber mit einer zusätzlichen Fütterung der Muttervögel wurden drei Jungvögel groß. Während auf Kotfisch und Little Barrier Island keine Katzen, Wiesel, Fredchen sowie europäischen Ratten vorkamen, lebte hier jedoch die kleinere polynesische Ratte. Erst allmählich wurde klar, dass diese Rattenart zwar ausgewachsene Kakapos in Ruhe ließ, jedoch Kakapo-Eier und Kükenfraß. Die polynesische Ratte war außerdem ein Nahrungskonkurrent des Kakapo. Man beschloss Kotfisch Island von den Ratten zu befreien und Little Barrier Island als Siedlung sord aufzugeben, da dieses Gebiet zu zerklüftet war, um die Tiere dort sinnvoll betreuen zu können. Für zwei Jahre siedelte man die Vögel auf Pearl Island an und vergiftete in dieser Zeit die auf Kotfisch Island lebenden Ratten. Ein Teil der geschlüpften Jungvögel wurde künstlich aufgezogen und in drei Jahren stieg die Anzahl der bekannten Individuen von 50 auf 62 Vögel. Als absehbar war, dass 2001 die Rimubäume auf Kotfisch Island reichlich tragen würden, siedelte man alle 21 geschlechtsreifen Weibchen auf diese Insel um. 20 der Weibchen legten tatsächlich Eier, und Anfang 2002 schlüpften 24 Küken. In den vorherigen 20 Jahren waren insgesamt nur 15 Jungvögel groß geworden. In einem Jahr war damit die Population um 39 Prozent auf 86 Individuen angestiegen. Ein reichlicher Fruchtansatz der Rimubäume war für die nächsten zwei Jahre nicht zu erwarten. Die Kakapos brüteten entsprechend in diesen Jahren, nicht in den Wäldern von Kotfisch Island, die von Rimubäumen dominiert wurden. Andere Baumarten fruchten regelmäßiger als der Rimubaum. Daher schien es sinnvoll, das von Scheinbuchen dominierte Jockey Island stärker zu besiedeln. Jungen, noch nicht geschlechtsreife Vögel wurden auf Jockey Island angesiedelt in der Hoffnung, dass sie sich dem dortigen Fruchtzyklus anpassen und damit häufiger brüten würden. 18 Vögel wurden nach Jockey Island gebracht, allerdings starben drei Weibchen an einer Bakterieninfektion. Die übrigen Vögel impfte man und behandelte sie mit Antibiotika, das Kakapori-Kaveri-Programm. Die noch überlebenden Tiere werden über das Kakapori-Kaveri-Programm intensiv betreut, um so die Arterhaltung zu gewährleisten. Mit Übersiedlungsprogrammen versucht man, die Vögel vor Raubtieren zu schützen und zu häufigeren Bruten anzuregen. Männchen, die man für unfruchtbar hält, werden von den Weibchen ferngehalten, um unproduktive Paarungen zu vermeiden. Um die genetische Vielfalt zu erhalten, versucht man zu vermeiden, dass nur wenige Männchen die Paarung dominieren. Nur ein einziger männlicher Vogel, getauft auf den Namen Richard Henry, stammte von der Südinsel von Neuseeland. Ihm maß man besondere Bedeutung bei der Sicherstellung der genetischen Vielfalt bei. Er war gelblicher gezeichnet als die übrigen Vögel und boomte in einem anderen Dialekt. Wie erhofft zeugte er 1998 zwei männliche und ein weibliches Küken, weitere Nachkommen blieben jedoch aus. Richard Henry starb im Dezember 2010 im Alter von geschätzten 80 Jahren eines natürlichen Todes. Weibchen werden mit zusätzlichem Futter versorgt. Ihr Futter erhalten sie an individuellen Futterstationen in der Hoffnung, dass sie irgendwann jährlich brüten werden. Gelegentlich werden Eier und Jungvögel entfernt, um so die weiblichen Vögel zu ermutigen, ein zweites Mal Eier zu legen. Ältere Weibchen werden als Ersatzmütter eingesetzt und haben erfolgreich Jungvögel aufgezogen. Andere Jungvögel wurden künstlich ausgebrütet und anschließend mit der Hand aufgezogen. Die Nester der Kakapos werden ständig mit verschiedenen Methoden beobachtet. Verlässt das Weibchen nachts das Nest, um nach Nahrung zu suchen, werden die Eier von Reservatsmitarbeitern mit Decken warm gehalten, um zu verhindern, dass, wie in der Vergangenheit bereits geschehen, Eier oder Jungvögel erfrieren. Die Nester werden auch mit Flohpulver behandelt, nachdem ein Weibchen aus Versehen ein Eier zerdrückte, als es sich aufgrund von Flohbissen kratzte. Die Aussichten dafür, dass die Kakapos als Art einige Jahre mehr überleben werden, haben sich deutlich verbessert. Der plötzliche Tod an einer Bakterieninfektion von drei der 2002 geschlüpften 15 weiblichen Jungvögel hat aber auch deutlich gemacht, wie kritisch der Bestand der Vögel ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017